Herzlich willkommen zurück zu Dart & Flutter. Heute mit den nächsten Schritten sozusagen, wenn es hier um dieses Formular geht. Und zwar zunächst einmal mit dem Validator. Wir haben hier ein Value und aktuell geben wir immer Null zurück. Null bedeutet, ist okay. Also wir müssen quasi hier ein Null zurückbekommen, damit ein eingegebener Wert in unserem E-Mail-Formular als okay gilt. Problem an der Sache ist natürlich, in den meisten Fällen ist das halt nicht okay. Also J, 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 das war das Beispiel vom letzten Mal. Das geht hier durchaus durch als okay, aber es ist ja eigentlich keine richtige E-Mail. Und deswegen hat man hier die Möglichkeit, einzelne Validatoren einzubauen. Und genau einen solchen wollen wir eben heute jetzt mal machen. Und zwar schreiben wir jetzt hier erstmal, also im Endeffekt schreibt man das normalerweise in eine separate Funktion. Deswegen machen wir das hier mal auch. Und zwar sagen wir String-ValidateEmail. So, String-Value. Okay. So, was machen wir jetzt mit dem Value? Nun, wir müssen irgendwas zurückgeben. Wir sagen einfach mal, wir returnen Null. Damit haben wir aktuell nichts geändert. Und jetzt müssen wir es hier noch irgendwie eintragen. Naja, was machen wir? Wir geben die Funktion als Function-Pointer ein. Das wäre dann also Bodenstrich ValidateEmail. So, okay. Das heißt, wir haben hier jetzt im Endeffekt nichts verändert. Das funktioniert immer noch alles. Jetzt. Wann ist denn eine E-Mail-Adresse nicht gültig? Nun, wir haben hier die Möglichkeit, eine Regular Expression reinzuschreiben. Und ich nenne die jetzt einfach mal E-Mail-A-X-P. Also Expression. Und das ist eine RecExp. Für die Leute, die vielleicht noch nicht so mit Dart und Flutter vertraut sind, beziehungsweise vor allem mit Dart ist das jetzt vor allem, glaube ich, eine interessante Sache. Denn in Dart gibt es auch Regular Expressions. Und die schreiben sich erstmal als R-Strings. Also das ist quasi ein Regular Expression String. So, so ein String sieht folgendermaßen aus. Wir haben den Anfang und wir haben das Ende. Irgendwo. Ja, also klar. Irgendwo muss man anfangen und irgendwo muss man aufhören. Und dazwischen kann man jetzt hier Folgendes sagen. Wir brauchen, naja, was brauchen wir denn für die E-Mail-Adresse? Erstmal Buchstaben. A bis Z sollten in Ordnung sein. Und klein a bis klein z sollten in Ordnung sein. Und das soll hier natürlich ein großes A sein. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ich glaube, Zahlen können wir auch zulassen. Das heißt 0 bis 9. Und damit ist das erstmal alles, was wir hier für die E-Mail-Adresse zulassen wollen. Beziehungsweise, stimmt, nee, wir müssen ja auch noch Punkte zulassen und wir müssen Bindestriche zulassen. So, jetzt wollen wir davon aber nicht nur ein Zeichen haben, sondern wir wollen mindestens ein Zeichen haben. Okay. Das würde jetzt also hier in dem Fall erstmal bedeuten, wir brauchen mindestens ein Zeichen von einem Buchstaben, einer Zahl, groß oder kleines, egal, Punkt und Bindestrich. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also das reicht uns erstmal. Jetzt müssen wir das noch irgendwie drauf anwenden, auf unsere tatsächliche E-Mail. Und das ist ja im Value enthalten. Das bedeutet, wir bekommen hier einfach in unserem Value die E-Mail-Adresse, haben jetzt hier eine Expression, wie das aussehen soll. und können jetzt hier zurückgeben, wenn das quasi nicht vorhanden ist, also wenn E-Mail EXP... Okay. Wenn E-Mail EXP.hasMatch, wenn das von unserem Value nicht vorhanden ist, also hier False ist, deswegen dieses Ausrufezeichen vorne dran, dann haben wir hier offensichtlich kein Match bekommen. Das heißt, wir haben hier keine gültige E-Mail, wir haben irgendwie ein Semikolon oder sowas drin, oder sowas hier, so eine spitze Klammer. Dann können wir hier was zurückgeben, und zwar eine Fehlermeldung. Das heißt, no oder ungültige E-Mail. So, und das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante. Okay, jetzt starten wir das Ganze mal und schauen uns an, was passiert, wenn ich hier, was können wir denn angeben, wenn ich hier ein Add angebe. Hm, irgendwie tut es hier immer noch nichts. Warum tut es hier immer noch nichts? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass wir den Submit Button noch überhaupt nicht gehandelt haben. Das heißt, der ist zwar da, der hat hier sogar seine eigene Funktion, HandleSubmitButton, aber er tut halt leider einfach noch nichts. Und das müssen wir hier auch noch implementieren. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen erstmal das Formular auslesen, FinalForm ist gleich Bodenstrich FormKey.CurrentState. Das ist der Zustand des Formulars, als es abgeschickt wurde. Und wenn es danach verändert wurde, ja, dann ist uns das eigentlich relativ egal. Und hier können wir jetzt die Validierungsfunktion auf die jeweiligen Formularfelder aufrufen. Das heißt, unsere Validate-E-Mail wird dann aufgerufen auf diesem Feld E-Mail. Und wir sagen hier, okay, wenn dieses Formular, Form.Validate, wenn das nicht zutreffend ist, dann wollen wir was machen. Dann wurde quasi unser Formular abgeschickt, ist ungültig, muss also korrigiert werden. Und dafür gibt es den sogenannten AutoValidate-Mode. Und den schaltet man häufig erst nach, dem man schon abgeschickt hat, erstmal ein. Das heißt, wir sagen hier Bodenstrich AutoValidate ist gleich Auto. AutoValidate-Mode.Always. Das heißt, wir wollen hier tatsächlich, dass das alles autovalidiert wird. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Variable hier. Ist klar. Das heißt, wir erstellen uns die mal. Und zwar sagen wir hier More Actions. Und wir wollen sie als Field generieren. AutoValidate-Mode.AutoValidate ist gleich AutoValidate-Mode. Punkt Disabled am Anfang. Also man kann es auch am Anfang schon auf Always stellen. Das könnt ihr durchaus machen, wenn ihr das wollt. Normalerweise hat man aber erst mal so die Freiheit, ey Nutzer, du darfst eingeben, was du möchtest. Ich vertraue dir mal. Aber wenn du halt zu doof bist, quasi die richtigen Werte einzugeben, dann erst zeige ich dir, was du eigentlich eingeben musst. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den AutoValidate-Mode natürlich in unserem Formular setzen. Und das ist eben hier drin möglich. Das heißt, nach dem Form-Key sagen wir hier einfach AutoValidate-Mode-AutoValidate. So. Und jetzt starten wir das nochmal und schauen uns nochmal das Ganze an. Dazu muss ich hier nochmal kurz rausgehen. So. Und ja, jetzt geben wir hier mal QW ein. Und wir sehen, okay. Alles gut. Jetzt gebe ich hier mal ein Add ein. Und wir sehen, ungültige E-Mail. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier unsere E-Mail-Adresse drin. Und wenn ich jetzt hier das Ding lösche, dann sehen wir hier auch, dann ist es wieder gültig. Also alles ganz normal möglich. Problem ist jetzt natürlich, ein Add sollte bei einer E-Mail-Adresse durchaus drin sein. Das heißt, wir müssen hier unseren Regular Expression noch ein kleines bisschen bearbeiten. Also, was haben wir? Irgendwo muss eigentlich eine E-Mail drin sein. Das heißt, wir haben hier ein Add. Dann haben wir das da. Also irgendwelche Zeichen wieder. Und zwar beliebig vielen. Das wäre dann Add zum Beispiel Gmail und dann wieder Punkt. Also Punkt. Und dann haben wir hier ein com.de etc. Aber das ist ein bisschen zu aufwendig hier. Also ich meine, wir wissen ja nicht, welche Domains in Ordnung, sondern welche nicht. Deswegen sagen wir hier auch einfach wieder. Wir sagen, also hier in der Domain-Endung, sagen wir mal, wir haben .de, .com oder sowas. Da sind keine Zahlen drin. Die gibt es da nicht. Das heißt, wir haben hier nur A bis Z und A bis Z, falls das auch irgendjemand großschreiben möchte. So, hier gibt es allerdings noch eine kleine Änderung. Wir müssen den Punkt maskieren, damit wir hier das Ganze auch als Punkt annehmen und nicht irgendwie als spezielles RegEx-Zeichen. Und damit haben wir eigentlich alles. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf eine gültige E-Mail zu überprüfen. So, das heißt, wir sehen hier QW, ungültige E-Mail. Perfekt. Wenn wir nur Q machen, auch ungültige E-Mail. Wenn wir Qatb.d machen, dann sehen wir hier A, es schaltet automatisch auf True, also auf Autovalidate um. Und das ist eine gültige E-Mail-Adresse. Weil sie hat irgendwelche Zeichen, dann ein Add, dann irgendwelche Zeichen, Punkt, irgendwelche Zeichen. Und mindestens ein Zeichen ist auch Voraussetzung. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel nur einen Punkt haben, das geht nicht, weil wir hier eben dieses Plus haben. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann würde ich euch erstmal empfehlen, meine Programmieren-Lern-Playlist anzugucken. Dort gibt es ein sehr ausführliches Video zu Regular Expressions oder irgendwelche anderen Sprachen. Hier geht es, wie gesagt, eigentlich weniger um die Sprache selbst. Also, RegExp ist ein Feature der Sprache Dart. Hier geht es mehr um das Framework auch Flutter. Das heißt, wie wir das verwenden können. So, das heißt, wir haben jetzt offensichtlich unsere E-Mail-Validierung fertig. Ihr könnt das natürlich machen mit allem. Ihr könnt das machen mit einer Telefonnummer. Ihr könnt das aber auch komplett rauslassen, indem ihr hier einfach immer ein Null zurückgebt. Was wir auch noch reinmachen können, können wir sagen, if value.isempty, dann sagen wir hier eine andere Fehlermeldung. Also, wir können so viele Fehlermeldungen ausgeben, wie wir wollen. Oder halt uns aussuchen, bei welcher Bedingung wir welche Fehlermeldung ausgeben. Ist klar. So, dann können wir hier sagen, E-Mail ist verpflichtend. Also, man muss eine E-Mail eintragen. So, und dann sehen wir hier, okay, wenn ich jetzt hier quasi alles rauslösche, dann klicke ich hier eine andere Fehlermeldung. E-Mail ist verpflichtend. Wenn ich hier nur einfach DD oder DDFF oder was auch immer sage, dann ist es eine ungültige E-Mail. Das ist diese Fehlermeldung hier. Okay, damit haben wir die Validatoren. Und ja, das ist natürlich ein bisschen Aufwand. Das gebe ich absolut zu. Das muss man aber auch einfach hin und wieder mal machen. Und wir haben jetzt, also gerade bei Passwörtern ist es übrigens auch relativ interessant, wenn man dann natürlich sagen kann, wenn es weniger als 8 Zeichen sind, Länge nicht lang genug, bitte benutze einen Punkt oder bitte benutze Sonderzeichen oder sowas. All diese Dinge kann man tun. Man kann sogar die Entropie berechnen und dem Nutzer zurückgeben, hey, die Entropie ist nicht stark genug. Das könnten wir eigentlich mal machen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann dürft ihr mir gerne Bescheid sagen. So, also, was wollen wir jetzt hier noch machen? Nun, wir haben hier den Submit-Button immer noch nur so halbherzig validiert sozusagen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich hier irgendwas mit dem fertigen Formular machen. Also, wenn man es wirklich schön ausgefüllt hat, alles ist gültig. Lass mich da kurz eine gültige E-Mail-Adresse reinschreiben. Achso, das geht ja hier nicht. Ups, ich wollte eigentlich keine Emojis. So, addd.de, whatever. So, wenn wir hier auf Senden klicken und das Ganze ist gültig, dann soll natürlich irgendwas passieren. Was ist denn dieses Irgendwas? Nun, das passiert hier, ups, das passiert hier unten in Handle-Submit-Button. Und den müssen wir noch fertig machen. Das heißt, wir haben hier ein Formular. Es ist nun gültig und wir sagen hier ansonsten, falls es wirklich gültig ist, also hier steht ja, falls es ungültig ist, dann mach das. Falls es gültig ist, was wollen wir dann machen? Nun, dann haben wir die Möglichkeit, das Formular zu speichern. Und das machen wir mit Formular oder Form.safe. Relativ einfach also. Nun, was hat das jetzt für Auswirkungen? Man kann das Formular dann nicht, also man hat dann im Endeffekt alle Zustände von unserem Formular und natürlich könnte ich hier noch irgendwelche anderen Dinge dann laufen lassen oder sowas. Irgendein Aufruf an Funktionen, wie hier in dem Fall jetzt ein Print. Und was wollen wir denn hier ausbegeben? Und das ist jetzt genau der Punkt, wo es schwierig wird. Denn wir müssen uns ja überhaupt noch erstmal speichern, die ganzen Informationen. Woran werden die denn hier gesaved? Nun, aktuell werden die so gesaved, wie wir es hier im OnSave gemacht haben. Das heißt, wenn wir uns hier mal den Run angucken, Sekunde, lasst uns das nochmal rausnehmen hier. So, und wenn wir jetzt hier das hier machen, dann sehen wir hier, okay, es wird dieses ddffatd.de gemacht. Das bedeutet, durch das Senden erst wird die E-Mail-Adresse hier in unserem, Sekunde, wo sind wir? Hier, in unserem OnSaved wird der Value hier überhaupt erst ausgegeben. Das heißt, man führt quasi diese Funktion hier aus von dem OnSaved durch dieses Save, durch dieses Formular Punkt Save. Und naja, jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man eigentlich elegant aus diesem Save oder aus diesem OnSaved irgendeinen Wert? Und das möchte ich dieses Video noch ganz kurz mit euch machen. In dem Fall ist es ja nicht wirklich viel, weil wir ein relativ kleines Formular haben. Das heißt, wir haben hier einfach zum Beispiel E-Mail-Data und haben hier drin in unserer, Sekunde, in unserem Formular die E-Mail-Adresse, schreiben die quasi in Senden, also durch das Senden in eine Instanz der Klasse E-Mail-Data rein. Das heißt, wir haben hier drin einen String E-Mail ist gleich, ist gleich das da. So, und ihr könnt hier alles rein machen, ihr könnt hier so viel rein machen, wie ihr wollt. Und das ist natürlich hier absolut falsch am Platz. Ich wollte das Ganze eigentlich in einer separaten Klasse haben. So, Klaas E-Mail-Data. Okay, und was wir jetzt hier drin haben in unserem normalen Formular oder besser gesagt in unserem State, da speichern wir uns das als eine Instanz davon. Das heißt, wir sagen hier E-Mail-Data, E-Mail ist gleich, Ah, E-Mail-Data neu. Okay, und hier in unserer OnSaved-Funktion, da tun wir jetzt einfach nichts anderes als in unserer E-Mail-Data, also in unserer E-Mail, Punkt, E-Mail ist gleich Value setzen. Also klar, ihr könnt da so viel machen, wie ihr wollt. Das sind vollständige Funktionen. Ihr könnt ja alles machen, was ihr damit wollt, ja. Aber nehmen wir einfach mal folgendes Szenario an. Ihr wollt dann am Ende noch diese ganzen Sachen hier irgendwie an API schicken oder sowas. In unserem Fall ist die API einfach die Kommandozeile. Und wir geben jetzt hier einfach E-Mail, Punkt, E-Mail aus. So, was genau passiert jetzt hier? Lasst mich da gerade noch mal kurz durchgehen. Wir speichern das Ganze und wir schreiben das hier so rein. Okay, also was hier passiert ist folgendes. Zunächst einmal wird dieses ganze Formular erstellt. Dann gibt man hier das Ganze ein, also der User gibt seine ganzen Daten ein. Wir nehmen jetzt hier einfach mal an, wir haben Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, okay. Und dann werden bei Senden erstmal diese ganzen Validierungsfunktionen aufrufen. Das ist bei jedem einzelnen Textformfield seine eigene Validierungsfunktion. Das bedeutet, wir haben hier in unserem E-Mail-Formular haben wir Validate E-Mail. Da wird also diese Funktion hier aufgerufen, Validate E-Mail. Okay, das wird überprüft, ist das eine gültige E-Mail. Und wenn irgendeins von diesen Dingern nicht gültig war, also nicht Nile zurückgegeben hat, dann gibt das hier False zurück. Dann bekommt der Nutzer erstmal Feedback, hey bitte, deine E-Mail, deine Telefonnummer und dein Name sind ungesund. Also falsch in dem Fall einfach. Und dann korrigiert er das Ganze und hat am Ende eine gültige E-Mail dastehen, gültigen Namen, gültige Telefonnummer. Okay, er klickt also wieder auf Senden. Dann passiert das hier, man speichert das ganze Formular. Durch diesen Save-Aufruf wird bei jedem einzelnen Element in eurem Formular die OnSaved-Funktion aufgerufen. Und hier in diesem Fall wird eine E-Mail gesetzt in unseren Daten, in unseren E-Mail-Data. Das heißt, wir haben ja hier diese E-Mail-Data als Instanz drin und da rein wird geschrieben, was für eine E-Mail-Adresse er tatsächlich hat. Das ist aber nicht limitiert auf nur diese E-Mail-Adresse. Da rein kann man haben, was man möchte. Also ich kann hier tatsächlich sagen, ich habe eine E-Mail, ich habe einen Namen und ich habe eine Telefonnummer. Die speichere ich alle in E-Mail-Data rein und das macht alles meinen Formpunkt Save. Ich habe das überall, ich habe ja in jedem einzelnen Textform-Field habe ich meine OnSaved-Funktion. Das heißt, in jedem einzelnen Textform-Field wird dieser Wert, der eben genau zu diesem Textform-Field passt, dann in diese Instanzvariable hier reingeschrieben. Wo ist sie denn? Diese E-Mail hier reingeschrieben. Das heißt, da steht dann am Ende alles drin, auch die Telefonnummer. Auch der Name steht dann da drin, weil es wird ja immer, jede einzelne OnSaved-Funktion wird ja aufgerufen. Wunderbar. Damit haben wir alle Informationen in unserem Formular drin, beziehungsweise damit auch in unserer Klasse drin, weil E-Mail ist ja eine Instanzvariable in der Klasse, also ein Field. Und damit haben wir hier komplett Zugriff auf alles, was im Formular ausgefüllt wurde und können das an eine API zum Beispiel schicken oder in einer Datei speichern oder was auch immer ihr damit machen wollt. In unserem Fall eben einfach nur ein Print ausführen. Und ja, damit habt ihr ein vollständiges Formular und könnt damit eigentlich alles machen, was ihr wollt. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet soweit mitkommen. Falls nicht, schaut euch vielleicht nochmal kurz an und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.